Hallo RTA Fans, ich bin Luca Tuzach, ein neuer Spieler von RTA Berlin. Wie war es dir? Ich denke, es war gut, ich denke, jeder hat den Fútball verloren. Wir mussten wiederholen, weil es eine lange Zeit ohne Fútball ist. Aber es war gut, wieder zu sein. Du hast heute direkt sich genetzt, das erste Tor der Saison. Wie fühlt es sich an? Ja, ich denke, es war ein super Schuss. Ich habe den Ball schlecht getroffen, dann noch Maxi und trotzdem war es das Tor. Ja klar, es wird jetzt die nächsten Wochen hart, aber so ist es immer in Vorbereitung. Hauptsache müssen wir alle gesund bleiben und ich denke, das kann uns sehr helfen. Bistange? Und in High Intro. Wir wollen Flow to den Ball, dann wiederholen. Ich möchte das hoffentlichen. Wir wollen die Ball sind. Und dann sind wir mal wichtig. Wir wollen die Ball in der Ball sind und legen uns sehr hoch. Wir wollen jetzt auf die Ball sind. Wir wollen die Ball sind. Wir wollen wir nicht mehr so hoch. Wir wollen die Ball sind. Wir wollen die Ball sind, wir wollen die Ball sind. Ich hoffe, es war gut, ich kann mich selbst. Auf Wiedersehen.